Kuckuck, Kuckuck! Darum werden wir es tun. Weil wir uns in 30 Minuten verhaftet, in 4 Wochen verurteilt und in ungefähr 30 Monaten hingerichtet sein werden. Eine Weichlast ist ertrückend. Was ist denn? Mach schon, mach schon. Also. Tücken Sie. Am besten kreieren Sie ein Muster. Dann können wir die Verdachtskoordinaten nach belieben austauschen. Ein Muster. Dann lieber irgendwas gerade. Die Jagd nach dem Phantom, das ist eine gute Geschichte. Das hält die Stadt in Arten. Sie sind? Berlin. Werken Sie hat die Stadt. Nein? Was ist denn das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020